hallo hier ist martin von money monkey ist dass die dachsanalyse für nun im mittwoch den 22.01.2020 und unser dax hat hier eine schöne fuhrer mist hingeschippt nein das sind nicht meine häuschen die ich einverleiben musste weil ich meine wette verloren habe ich erspare ihnen das das zu filmen und auf youtube zu stellen wirklich ich glaube da wird das jeden jeden schütteln wenn man sich so was genüsslich zwischen die zähne drückt ich hatte gestern gesagt ich fresse hier meine aa wenn der dax dieses neue hoch nicht macht weil das nur noch 22 punkte waren aber der virus ist schuld haben sie es gelesen ich finde das immer wieder amüsant sie kennen meine meinung dazu zu den nachrichten ich weiß auch dass ich da oft gegen wende rennen und manche da ganz andere ansichten haben für mich ist das immer so es passiert etwas am markt und dann werden leute gefragt ja woran lag so dann wissen sie erst mal nicht und gucken was ist denn wo wie passiert was hat sich denn ergeben und was stand denn vielleicht irgendwo in den schlagzeilen so und wenn dann da irgendwas mit irgendeinem virus stand dass der sich irgendwo ausbreitet und man nun davon ausgeht dass der einige menschen hin raffen kann dann klingt das ganz plausibel also sagt man das einfach und alle sagen ah ja das macht sinn so dazu will ich erst mal gar nichts sagen kritisch wird es jetzt in dem moment wo leute dann sagen sie hauen jetzt hier gegen eine fallende bewegung dagegen weil das mit dem virus übertrieben sei also da wirklich vorsicht also wenn der asiatische handel hier irgendwo schwach notiert dann wird es nicht primär an dem virus liegen der sich da ausbreitet und wenn gehen sie mal davon aus dass sich das jetzt nicht ändert das heißt dass da durchaus auch noch ein bisschen weiterer druck gehen kann wichtig ist wie reagiert der markt was macht der markt versuchen sie dieses nachrichten glim blim dahinter hinten dran im bisschen rauszulassen wenn sie den dow jones anschauen und diese rote tageskerze dort wenn man da short will und short gesucht hat ist das ja eigentlich jetzt eine gute vorlage um da vielleicht auch mal mehr zu kriegen wenn man sich dann eben genau in so einer situation hinstellt und sagt das mit dem virus ist doch eigentlich total übertrieben warum hat denn das jetzt auswirkung aus die aktienmärkte wir haben hier sonst was für politische krisen und wir machen allzeit hoch und allzeit hoch und kaum infiziert sich einer irgendwie in amerika an irgendeiner komischen krankheit fallen die börsen und deswegen geht man jetzt also da echt aufpassen nicht nicht zu viel rein interpretieren in das was sie rechts und links hören schauen sie auf die bewegung schauen sie was sie was der markt letztendlich vorgibt und hier kann man auch relativ schön sehen und das selbst zum 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 dienstag jetzt hier ein guter guter bereich angelaufen wurde und ja definitiv das neue einzeithor ist nicht gekommen 22 punkte haben gefehlt da haben sie auch ihren spaß gehabt ja ich habe es ja gesehen es kam ja über den ganzen den ganzen tag kamen die kommentare auf dem video guter appetit martin lass dir schmecken martin ja ja ich habe das ich habe das ganz genüsslich und ich habe das mitbekommen dass ich habe das auch wenn ich nicht geantwortet habe ich habe das mitgekommen und ich habe den ganzen tag habe ich mir da gesagt naja wenn die das alle so schreiben dann sehen wir es bestimmt doch noch ne und hier oben habe ich dann habe ich dann echt schon noch die daumen gedrückt bei 75 rum dachte ich ach komm jetzt du mir den gefallen mach schnell da oben dann komme ich um die blöße drum rum hier ein video zu posten wie ich meine aas und hat es wieder nicht gemacht also ja was war hier dann aussaggebend genau der infizierte in cnbc oder wer auch immer da irgendwas gepostet die hatten da einen bericht gemacht dass in usa sich einer infiziert hätte daraufhin ist der dow jones gleich auf neues tag als tief gefallen das zeigt hat auch ein bisschen vorsicht also mir ist wichtiger wie sich der markt bewegt mir ist nicht wichtiger wie ich eine nachricht interpretiere das für mich hat das noch nie sinn ergeben und für mich hat das sich auch nie gelohnt es ist oft so dass bei komischen nachrichten der markt viel macht bei krassen nachrichten konnte der markt total aus ist irgendwo ein riesen terrorangriff tausende tote sterben der markt macht ein tagesplus springt 100 punkte nach oben auf der anderen seite irgendwo mit dem virus infiziert sich einer in amerika und man hat schon heilmittel und alles dafür und ja der markt rennt durch ich nähe ich das ist nicht das was ich mag das ist auch nicht das was ich sehe was gut klappt das sowas sehe ich das klappt gut und hier müsste ich jetzt müsste man halt auch sagen wir haben mal allen spaß hin und her wir haben ja auch ein kräftiges abwärtsgebring gekriegt das dürfen nicht unterschätzen also das ist schon ordentlicher tobak gewesen was hier nach unten gemolter haben aber wir haben es eben auch fast komplett wieder auskontern können haben damit hier diesen unterstützungsbereich geschlossen und natürlich hier auch einen gap zugemacht wenn der markt jetzt hier anläuft wir haben den zweithöchsten tagesschluss glaube ich des jahres gehabt oder ja es ist der zweithöchste tagesschluss des jahres wenn sie schauen wo man hier am donnerstag geschlossen haben war das hier das ist unter unter dem gestrick also unter dem dienstags los dann das unter dem dienstags los dann haben wir hier irgendwo ein schluss gehabt auch unter dem dienstags los hier ein schluss gehabt unter dem dienstags los das heißt es wirklich die zweithöchste tages kerze mal nach dem montag jetzt hier und wo war der freitag der freitag schluss 38 na gut dann ist nicht der zweithöchste der dritte ja aber wir stehen hier trotzdem noch hoch wir haben ein echt dramatisches gap abgefangen wenn sie im tagesverlauf den auch beobachtet haben das hatte übrigens das gleiche musste hat er schon am montag gezogen früh dieses runter stechen tief machen und dann noch mal drunter hauen wo man sagt okay der hat eigentlich schon einen schönen support bereich angelaufen noch mal drunter gehauen das hatte zum abend jetzt auch gemacht da hier schön eigentlich eine unterstützung angelaufen sich gut nach oben krabbelt sagt noch mal unten tiefgeholt also der holt sich momentan hier echt viele stopps und ich würde denken dass hier eben auch noch einige liegen könnten mir das schon vorstellen dass das kommt ich würde deswegen das erstmal noch beibehalten dass wir trotz der situation hier jetzt erstmal noch kalkulieren sollten dass unser dax da oben kann ich würde das ganz gerne hier sowie hier an so einen trigger trigger legen das heißt wenn diese dieser dieser schwäche klapper vom vom dienstag abend hier jetzt ausgekontert werden sollte sehe ich den dax dann da oben dran dort jedenfalls noch mal mit einer seitwärts bewegung und dann hätte er schon wieder potenziale sich weiter rüber zu schieben das würde ich so jetzt erstmal mitnehmen genau aufpassen sollte man wenn der jetzt hier weg kippt und da würde ich jetzt hier auch sagen können jetzt hier auch einen short trigger mit ansetzen weil das wird dann deutlich wackeliger wenn wir hier noch mal so unter die 470 sag ich mal drunter fallen unter die 470 würde ich schon denken dass sich der markt dann ein bisschen auch lösen kann insbesondere auch weil die amerikaner da eben diese schönen roten kerzen stehen haben dann wäre hier erst mal anlaufstation 400 410 von dort noch mal hoch und dann könnte man gegebenenfalls sogar schon mal hier unten 300 noch mal in angriff nehmen oder sich zumindest in richtung 300 positionieren also das heißt unser dax fängt jetzt an hier erste verkaufssignale zu setzen eben zum beispiel durch dieses tiefere tief durch den kräftigeres abwärts geht das sind schon warnsignale das ist da muss man das ist das was ich vorhin gesagt habe da muss man eben aufpassen dass man sich jetzt nicht hinstellt und sagt naja das mit dem virus ist übertrieben sie wissen nicht warum die großen jungs da verkauft haben dass die großen jungs die die märkte beeinflussen die da drücken das sind nicht die die sich dann vor die kamera stellen und sagen hat am virus gelegen also selbst die händler die da an parkett stehen die die aufträge ihrer großkunden letztendlich weitergeben von den banken etc was da alles ankommt auch die kennen doch die beweggründe in teilen nicht von den anlegern oder von den instituten die da eben position auf oder abbauen also da ich bin ich muss bei sowas echt immer lächeln wenn ich sowas sehe oder wenn mir jemand auch so was schreibt hey und da hast du gehört und hier wegen virus und wie schätzt du das ein das ist nur eine meinung von irgendjemandem der sich da was zusammenreimt halt na also da können sie auch sonst was können sie können auch selber machen sie einen youtube-kanal stellen sich jeden abend hin und sagen lesen sie das was vor nachrichten ist und sagen so nur der markt hat heute positiv darauf reagiert dass das öl gefallen ist nächsten tag können sagt mehr der markt hat heute negativ darauf reagiert weil das öl gefallen ist nächsten tag sagen wieder der markt hat heute positiv darauf reagiert weil das öl gefallen ist das hört sich immer plausibel an das klingt immer gut und viele leute den reicht sowas als begründung die haben dann eine begründung und das reicht das fühlt sich gut an sagt man ja gut verstehe ich exporte andersrum ja okay verstehe ich auch mit inflationen ja okay vorsicht also ich bin lieber ein freund davon an mir zu hier zu gucken und auf die basis vom chart eben zurückzugreifen und der bietet jetzt ja eigentlich ja das ist nicht verkehrt passt noch ins bild mit zu unten eben was rausgeholt na klar haben hier oben das allzeithoch nicht gepackt schauen da weiter davor rum kritisch wäre es jetzt eben wenn wir jetzt noch eine rote tageskerze hinterher kriege nach der aktion und das wird wird dann mit diesem short trigger hier einhergehen sollte der markt auch hier drunter dann weiter attendieren und dann auch hier unten schließen müsste man schon schon sagen dass dann hier so langsam 300 250 aktiv werden als ziele als rücklaufziele und wenn wir im tageschart unterwegs sind spielt das erstmal noch nicht wieder der hat sich gut gefangen hat ja und sogar noch mal eine grüne tageskerze gestellt findet sich aktuell hier noch auf hohem niveau sogar hat auch durchaus noch potenziale bänder steigen weiter an trend ist noch aufwärts ist jetzt erstmal noch nichts passiert kritisch wäre es auf tages eben erst unter 370 die haben wir noch nicht und von daher schauen wir mal schauen wir mal wieder 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 mittwoch reinkommt fühlt sich schlecht an jetzt kommt so ein bisschen auch aus dem dow jones so wie der rausgegangen ist ich muss aber sagen der dax sieht nicht so schlecht aus wenn ich mir überlege wie das früh um neun oder acht aussah muss ich schon sagen sie das was er jetzt am tagesende draus gemacht hat nicht so schlecht aus und na alle die die immer über den dax schimpfen und sagen aber der dow jones der macht so viel performance der dow jones hat hier unten irgendwo finalisiert der hat nämlich unter den tagestiefs jetzt noch mal am abend runter gesetzt der dax hat nicht einmal 50 prozent der tagesgewinner wieder abgegeben das ist schon okay das ist schon okay das ist jetzt nicht zwingend das brutalste zeichen von stärke aber es ist jetzt ich würde es ihm jetzt auch nicht als schwäche auslegen was der hier gemacht hat der wurde brutal runtergedrückt hier über die futures eben auch mit bei den amerikanern durch den schwachen asiatischen handel das komplett wieder aufgefiltert das ist schon ich würde auch nach oben noch die karten geben darf einen nicht überraschen wenn wir jetzt über die 13 65 treiben zu mittwoch und dort eben weitere gewinne verbuchen können halt ne gelbklo sollte man hier ein bisschen aufpassen um die 580 der kann zucken und ansonsten eben hier 600 620 dann erreichbar jo dann lass mal das dabei wie gesagt ich tue nur ihnen zuliebe kein video einstellen wie ich meine aa esse nicht weil ich das selber nicht machen will ne na klar muss muss ich nicht haben das muss ich nicht haben das ich will es ihnen auch nicht antun wirklich wer drauf besteht der kann sich ja noch mal melden vielleicht vielleicht finde ich irgendwo was im netz was ich was ich ersetzen kann aber gut okay ja ich freue mich auf jeden fall wenn sie ihren spaß hatten ich hatten auch als ich die kommentare gelesen habe gut also ja frohes schaffen gutes gelingen schauen sie mal dass der dass sie hier ein bisschen nicht nicht die nachrichten in vordergrund stellen die bewegung ist ist ausschlaggebend entweder haben wir einen käufer überhang oder wir haben verkäufer überhang die nachrichten ich würde es also gerade wenn es so komisch wird also habe ich noch nicht gehört wegen virus hier 100 punkte abwärts kämpfen na gut alles klar wir hören uns wieder bis morgen tschau